Heili hallo. So nach 440 km bin ich nun angekommen. Heute morgen um 8 losgefahren. Jetzt haben wir 16 Uhr rund. Klar waren zwei Zwischenstopps unterwegs und das ist mein Apartment wo ich jetzt zwei drei Tage habe. Für 20 Euro die Nacht. Kann man sich mal wieder nicht beklagen. Balkon nach hinten. Okay. Da hinten ist dann der Pool. Ja, ich denke ich werde es ein paar Tage aushalten. Schaue ich mir mal die Gegend hier in Ruhe an. Großes Bett. Alles. Der Fernseher steht so ungünstig fürs Bett. Zum vom Bett ausschauen. Aber gut. Ja, doch. Kann man aushalten. In diesem Sinne. Jetzt heißt es erstmal duschen und dann irgendwo was zu essen suchen. Okidoki. Ja, ach ja, ach ja, ach ja. Jetzt muss ich umschalten. So. Ich hatte zwar Farbe, aber ein bisschen von heute habe ich doch wieder abgekriegt. Das sieht zwar unten drunter blass aus, aber ich bin eigentlich braun. Und ja, da sieht man mal, was so ein bisschen Farbe Motorradfahrt in der Sonne ausmacht. Okidoki. In diesem Sinne. Ciao, ciao.